Unzugänglich. Unzugänglich ist das, was man nicht betreten kann, was nicht erreichbar ist. Da gibt es zum Beispiel unzugängliches Gelände. Unzugänglich kann auch ein Mensch sein, das heißt, er lässt keine Annäherung zu, er ist verschlossen und unnahbar. Sei selbst nicht unzugänglich. Sei offen und ehrlich zu anderen Menschen. Öffne dein Herz. Zeige auch deine Fehler und deine Schwächen. Man sagt so schön, für deine Starken wirst du respektiert, für deine Schwächen geliebt. Und wenn andere etwas von dir wollen, dann schaue, ob du den Wünschen gerecht werden kannst. Indem du anderen hilfst, wirst du auch immer offener und kannst du dich verbinden mit anderen. Und wenn du jemanden triffst, der unzugänglich ist, kannst du auch schrittweise auf ihn oder sie zugehen. Wenige Menschen, die unzugänglich erscheinen, sind es auch dauerhaft, wenn man erstmal längere Zeit freundlich mit ihnen umgeht. Und... Vielen Dank.